Der Huberto Sofölln ist ein Familienbetrieb. Das Hauptaugenmerk liegt auf einer guten Atmosphäre, die wir durch das Einbeziehen unserer Mitarbeiter und unserer Gäste zusammenbringen. Wir schauen, dass wir so viel wie möglich auch regionale Produkte bzw. mit den Bauern aus der Umgebung arbeiten. Das ist unser großes Anliegen und wir probieren einfach das Beste daraus zu machen. Die Bundeskarte Wanderer noch gut gemacht hat, denn das ist unser großes Anliegen, dass wir so viel wie möglich wie möglich sind. Hallo, mein Name ist Thomas Eichwald und ich bin Kühenchef im Hubertusow-Feld. Musik Der Sehenspieler bei uns heuer im Hubertusow-Feld lautet The Future Chefs in Bezug darauf, dass einfach die Jungen auch zum Zug kommen, die für den Ablauf in der Küche verantwortlich sind, das sind die Su-Chefs und auch das ganze Team. Da haben wir heuer vom Genießer Hotel Döller den Herrn Dominik Lobentanzer, der frisch gekürte Rolling Pins Su-Chef des Jahres geworden ist im Haus und vom Messner Haus den Herrn Josef Kölner. Musik 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 Musik